Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein wildes Tier. Der Bärenhund. Er hat alles, wovor man sich bei einem Raubtier heute fürchten muss. Wissenschaftler lassen diesen Giganten der Urzeit wieder auferstehen. Ein Großstadtdschungel. Doch dieser befindet sich in einem Paralleluniversum, in dem die Evolution anders verlief. Ja. Hey, guys. Ja. 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 Zum Glück für die Sprayer ist dieses Tier schon ziemlich lange ausgestorben. Doch vor 19 Millionen Jahren war dieser wilde Fleischfresser der Schrecken Nordamerikas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. Da. Vielen Dank.